Pokal again. Ja, wir hold it, Pokal again. Hallo Bild.de, ich bin's, euer Kloppo. Ja, das wird ein geiles Spiel. Deutschland gegen Argentinien. Ich bin noch total entspannt. Total entspannt. Ja, so fast. Das wird richtig, das ist Diego Armando Maradona gegen Jogi Löw. Man könnte auch sagen, die Hand Gottes gegen die Frisur Gottes. Ich habe was vorbereitet, guck mal hier hin. Bild.de, guck mal her, guck mal her. Pass auf, hier, hier, Flipchart. Das hier, das hier, das ist keine Hochzeitstorte, das ist Diego Armando Maradona. Und jetzt zeige ich euch, pass auf Bild.de, guck zu, zeige ich euch die Viererabwehrkette der Argentinier. Achtung hier, Achtung. Eins, zwei, drei. So, und das sind unsere Stürme. Achtung. Klose. Und hier unser wichtigster Stürmer, Demichelis. So, und dann kommt der Ball hier von Friedrich, direkt auf Demichelis, der tunnelt sich selber. Klose nimmt ab, legt drauf, Schusstor. Ah, Halbfinale, 1-0. Ja, da bin ich wieder. Geiles Spiel. Argentinien, Deutschland oder auch Messi gegen Schweinsteiger. Klingt eher so ein bisschen wie das Duell, Einsatz in vier Wände gegen Bauer sucht Frau. Aber egal, wir kommen ins Halbfinale, ich bin's, euer Kloppo. Ah, Positiver Rückter. Bis morgen. Der WM-Volltreffer 2010. Die neue Hit-Single von Matze Knob. Pokaligen. Matze Knob als Howard Howie Carpendale. Pokaligen. Exklusiv. Im Bildshop.